Fahrmaschine 2022 Das sind unsere Nominierten in der Kategorie Traktor. Der 7250 TTV von Deutz-Fahr Der 6R von John Deere Und der 8S von Massey Ferguson Und das sagt unsere Jury. Wir begrüßen heute ganz herzlich Herrn Aubillon von Massey Ferguson bei uns in der Leitung. Hören wir noch mal kurz bei der Jury nach, warum dieser Traktor überhaupt auf der Shortlist gelandet ist. Und dazu begrüßen wir Evelyn Schmeißer, auch aus der Redaktion Traction, die uns noch mal kurz erklärt, was die Vorzüge der Maschine sind. Am 8S ist fast alles neu. Kabine, Design, Elektronik, Motor und Gebriebe. Den Landwirt und dem Lohner stehen sechs verschiedene Modelle von 205 bis 305 PS zur Verfügung. Im Herzen der Traktoren arbeiten 7,4 Liter sechs Zylindemotoren. Bei der Jury konnte der Schlepper durch die innovative Kabine, das All-in-One-Aquas-Nachbehandlungssystem und die verschiedenen Getriebevarianten punkten. Hier stehen ein Lastschalt, ein Stublos- und ein Doppelkupplungsgetriebe zur Wahl. Es geht um die Kategorie Traktor. Und hier ist Ihr Platz. Nummer eins, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Aubrey, herzlichen Glückwunsch nach Frankreich, Herr Marcel Ferguson. Was sagen Sie dazu? So, what I would like to say first is thank you. Everyone at Massive Ferguson is honored to receive this Farm Machinery 2022 Awards. It all started eight years ago with a blank sheet of paper and of in-depth one-to-one interviews with customers and operators from around the world. These farmers and operators inspired us to develop this Ultimate Traktors, which is built on Massive Ferguson's strong heritage of delivering machines to meet farmers' requirements. Many thanks again to Farm Machinery 2022 for these fantastic awards, as well as to the whole Massive Ferguson team, which every day contributes to our success. Thank you very much. Dankeschön.